Fühlt sie einen Edelbogen und singt eine scheiß Melodie und sie lacht mir, lass mal zu, hier ist Karsten Janne Ars Musik 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 Wo geht's nicht los? Geht's nicht los. Sing das hier zusammen? Hast du schon ein Weg, wo Mensch hat eins gesehen? Kinder, die immer nur leise sind, das gibt es nicht. Hast du Träume, wie du nicht erreichen kannst? Gefühle, die du niemals zeigen darfst, die gibt es nicht. Träume Sprung, dann kannst du über den Teller erzählen, alles gut. Es ist nur ein Stückchen weiter, geh nicht, spiele die Luft, die Tafel und wir singen. Komm, lass uns die Welt bemalen, den Regenbogenfragen. Und folgt sie überall, den Regenbogenfragen. Komm, komm, lass die Welt erstrahlen, den Regenbogenfragen. Man sieht sie überall, den Regenbogenfragen. Wo sind die Hände? Wo sind die Hände? Zwei Eltern, die ihr Kind zur Kita bringen. Sie und sie tragen jetzt den gleichen Weg. Alles ganz normal. Er und sie, ich möchte die Brötchen, die sie nach Hause bringt. Du und ich, dass wir da, wer wir auch sind. Wir sind ganz normal. Komm, lass uns die Welt bemalen, den Regenbogenfragen. Wir wollen sie überall, den Regenbogenfragen. Komm, komm, lass die Welt erstrahlen, den Regenbogenfragen. Wir wollen sie überall, den Regenbogenfragen. Wir wollen sie überall, den Regenbogenfragen. Wir wollen sie überall, den Regenbogenfragen. Dann kannst du übern Tellerrand sehen, alles bunt. Bis nur ein Stückchen weiter gehen. Ich spiel die Luftgitarre und wir singen. Wir wollen sie überall, den Regenbogenfragen. Ich bin ganz begeistert, ich bin ganz begeistert.